Musik Für einen Kämpfer gibt es nichts wichtigeres, als gegen die Besten der Welt kämpfen zu dürfen und zu gewinnen. Dabei gibt es nichts Größeres, als ein eigenes Land mit voller Stolz auf die Welt- oder Europameisterschaften repräsentieren zu dürfen. Diesjährige Qualifikation für das deutsche Nationalteam findet in Bremen auf den deutschen Meisterschaften statt. Wir alle freuen uns riesig auf diese Herausforderung, denn nach der Qualifikation geht es mit der deutschen Nationalmannschaft auf die Weltmeisterschaften nach Schweden. Wir sind bereit, alles zu geben und zu gewinnen. Musik 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 Musik